hi leute willkommen zu einem info video von mir dem janik auf unserem kanal der let's play wg ja ich will mich mal wieder bei euch melden mit ein paar ankündigungen und ein paar dingen die ich einfach mal klären muss als erstes ihr fragt euch bestimmt warum kamen keine videos was war los und so weiter ich habe es ja eigentlich angekündigt gehabt das problem war wir ja wisst vielleicht habe ich ja zu weihnachten ein neues motherboard bekommen und dann hatte ich da schon am anfang ein bisschen sound probleme weil ich mich komisch angehört habe so ein bisschen dumpf und keine ahnung da habe ich ja dann zwei videos aufgenommen das war ja dann alles gut also westeros zwei videos und ja dann war und weiß gar nicht ob noch was anderes und dann habe ich halt noch mal ein bisschen rum gestellt gehabt und da hatte ich halt die ganze zeit bei der aufnahme so ein ganz ganz großes nerviges rauschen und ja dann konnte ich halt einfach nicht mehr aufnehmen da habe ich es rumprobiert wie verrückt und jetzt funktioniert es wieder und jetzt höre ich mich einigermaßen gut an wieder glaube ich zumindest also heiko meins zumindest und die anderen auch und ja deswegen kann ich mich jetzt zurückmelden hier beim let's play auf der let's play wg in letzter zeit haben ja einen enormen abonnenten zuwachs bekommen auch danke für die 3100 abonnenten wahrscheinlich muss ich bald schon sagen danke für die 3200 wenn es so weitergeht ich glaube schon wieder 3150 oder sowas ja also vielen dank dafür auf jeden fall und für die ganzen vielen aufrufe in letzter zeit das freut uns natürlich sehr vor allem heiko weil es ja seine videos momentan sind die das hier vorantreiben und jetzt will ich da natürlich auch mal wieder einsteigen ich hatte sehr genervt dass ich einfach nicht aufnehmen konnte in letzter zeit ja und jetzt möchte ich mal wegen den let's plays noch ein paar sachen ankündigen ganz einfach für h hier wird weitergehen wir werden uns weiter um tal kümmern und ja spielen ganz einfach weiter und das let's play wird immer jeden zweiten tag beginnend am dienstag anfangen also dienstag donnerstag samstag und so weiter und dann als zweite sache wird es wieder häufiger north and south also von meinem 15th alabama von meinem north and south regiment in mountain plate in apionic wars in der mod north and south geben das kann ich nämlich auch wieder aufnehmen da lässt bei mir nicht mehr deswegen wird da auch wieder ab und zu mal was kommen zum beispiel heute wird schon ein part kommen ja und dann noch die nächste sache die ich ankündigen muss und die ich richtig richtig scheiße finde um ehrlich zu sein also das nervt mich wirklich ich kann schon wieder kotzen als ich als das passiert ist ich wollte letzt ein bisschen westeros aufnehmen bevor ich wusste dass ich diese mikrofon probleme hatte und auf jeden fall lade ich den safe und als es dann fertig war mit laden also unten der ladebalken komplett voll war stürzt mein spiel ab das problem ist ich weiß ja nicht ob das wieder besser wird wenn ich irgendeinen safe von davor nehme ich mache ja nach jedem part einen safe aber ich habe halt bei diesem part 21 und 22 ein safe kommt zusammen genommen weil ich vergessen habe zu speichern dazwischen und jetzt müsste ich zwei safes neu spielen und oder halt zwei parts nochmal spielen wo wirklich wirklich wie ihr ja auch wisst einiges passiert ist und so weiter und die auch stellenweise nicht einfach waren und deswegen habe ich da jetzt echt mir hat dieses let's play so viel spaß gemacht und ich glaube es wäre noch richtig cool geworden aber dafür dass das kostet mich gerade so an ich kann das jetzt gerade einfach nicht mehr so dann fragt euch jetzt sicher welches let's play gibt es denn dafür von mir für westeros und da habe ich auch schon eine idee ich hoffe das haut auch alles so hin denn ich muss die mod für das noch installieren und hoffe dann natürlich dass sie geht und dieses let's play werdet ihr wenn alles gut seht gut läuft schon diesen montag sehen wenn nicht dann am mittwoch und ja vielleicht oder vielleicht schaffe ich sogar heute noch aber eher weniger eher weniger und zwar wird dieses let's play empire total wars sein mit der mod american civil war okay also ich wisst ja bin da ja sowieso ein bisschen mit dem amerikanischen bürgerkrieg durch meinen north and south regiment und ja da gibt es eben eine amerikanischen civil war mod für empire total war und die würde ich gerne let's play da ist nämlich die neue version raus gekommen und ja da habe ich sehr sehr viel lust drauf das wäre auch so das let's play gewesen nach third age oder nach westeros das nächste ja und deswegen hoffe ich dass ihr euch da auch so drauf freut wie ich und ja alles nähere dazu werdet ihr dann im ersten video erfahren auch den link wird es dann in der beschreibung davon geben den poste ich jetzt hier nicht rein den vergesse ich mit sicherheit sowieso und ja das war jetzt soweit mal mein ankündigungsvideo ich hoffe ihr seid zufrieden dass ich wieder da bin ich hoffe natürlich auch dass es ja dass ihr es genauso scheiße finden wie ich das westeros einfach nicht mehr geht und dass ihr euch auf fed age und eben jetzt auf amerikan civil war für empire freut und ja kräftig schaut kräftig kommentiert kräftig liked das würde mich sehr 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 freuen und ja dann sehen wir uns in einem der nächsten videos vielen dank und bis dann ciao auf